Ja hallo und herzlich willkommen zu einer weiteren Runde World of Warcraft. Ich bin der Ram. Ja und heute spiele ich zusammen mit der Alexa eine Runde Random BG und wir haben die Silberbruchmine erwischt. Ja und jetzt wollen wir mal schauen was hier so geht und ich wünsche euch ganz viel Spaß beim Zuschauen. Ich glaube ich packe mal noch mal einen Begleiter weg, der stört sonst. Freigeben, so. Schau mal mal. Ach das ist wieder mit den Loren. Genau, die Silberbruchmine. Mal schauen wie es läuft mit nur DDs. Die rennen alle nach da oben. Wahrscheinlich bleiben da ein, zwei Leute. Lass man den Mage da machen. Natürlich nicht. Nein, ich drehe mal um. Okay. Deffen bestimmt wieder zu wenig. Lass mich dann ruhig, mach doch nix. Ich brauche ein Ziel. Ich habe kein Ziel. Ich muss zuerst etwas anvisieren. Ja obwohl das ist okay. Bist du da am fighten? Oh. Ja da kann ich dir glaube ich auch nicht helfen. Ne, ne. Ich drehe mal lieber ab. Waren drei oder vier Leute. Hm, hab's gesehen. Komm jetzt direkt zu dir. Jo. Dann kümmere ich mich jetzt mal um die drei oder vier Leute. Zumindest um einen davon. Warum bist du bloß rechts, oder? Nein, du rannst da oben. Direkt hier vor der Minebike. Hm, bin da. Boah, der viel CC, ey. Boxen wir mal aus den Schuhen, wa? Die CC ist noch mal aus. So, Hammer. Mich hat's zerrissen. Ohne Heiler ist immer schwer. Ich merke schon. Oh, ich hab mal einen mitgenommen. Ja, nice. So muss das. So, kommt. Zacki, Zacki. Zwei Sekunden noch. Hm, noch einen mitgenommen, glaube ich. Und man ist geholfen. Level A, Ehrenstufe 40. Nice, geht's set. Mal versuchen wir uns die Lore zu holen, da. Ja, bin hinter dir knapp. Mhm. Was haben sie denn? Von rechts kommen ein paar. Okay, oha. Nee, das sind doch ein paar viele. So, Mist. Aber jetzt sind wir drin, ne? Ja. Beschäftige dich. Beschäftige dich. Ja, ich tue auch mein Bestes, aber... Ich bin dauer-sie-sie-sie-fah. So, einen ersten habe ich. Aber der hier kriegt mich jetzt. Okay, der hat nicht zu viele Wichten als Beispiel. Ja, da kann ich nichts machen. Ja, ich habe gegen zwei gekämpft da oben. Same. Leider, leider. Aber, ja, ich glaube... Na, die haben auch keinen Heiler. Also keinen richtigen. Ah, wiederbeleben. Mach hin, ja. Habe ich das weggeklickt? Ich werde bekloppt, muss ich wieder 29 Sekunden warten. Weil ich Escape gedrückt habe. Nein, ich wollte doch nur hier unser Ding ins Weg klicken. Ich hatte auf, wer wie viele Kills und so weiter hat. Hm, das kommt mir bekannt vor. Nein, und da habe ich das Wiederbeleben abgebrochen. Hoffentlich kostet uns das nicht den Sieg. Ne, glaube ich nicht. Ich glaube, dann spiele ich nachher noch ein, zwei Runden Warcraft 3. Freuen sich die Zuschauer auch. Möchte es auch mal wiedersehen. Das ist nice. Ja, ein Game hatte ich ja letztens erst hochgeladen. Aber das war so schnell vorbei. Nein, schon. Boah, doch nicht auf das Vieh. Sind hier nur Pets, oder was ist hier los? Ja, ne, das sind viele, viele, ey. Ja. Du kriegst jetzt alles ab. Meinen ganzen Zorn, alles für dich. Das klingt nach einer Ansage. So, schauen wir mal, wo hier was geht. So, das ist der Typ, den du hattest. Das ist der Hexer. Ja, tschüss. Bye, bye. Läuft so ein bisschen, sagst du, ne? Aber wir müssen zusehen, dass wir die Lohren einnehmen. Genau. Okay, ich renne rechts rum. Oh, und ich renne in die scheiß Falle. Dann. Jo, ich hab ihn auch nochmal. Jawohl. Jetzt den da hinten. Beine. Ich bin tot. Ich auch. Hat nicht mehr gereicht. Aber wir können sie schlagen. Vom Damage und so sind wir, glaube ich, weit vorne. So gut wie ganz vorne sogar. Ja gut, vom Damage nicht, aber von den Kills. Oh, wir haben beide vier Kills. Nice. Ah, da muss mehr kommen. Weiter geht's. Links lang. Okay. Ich kümmere mich um den Hunter da hinten. Okay. Wenn man mal rankommen würde. Nehmen wir dich erst. Noch eine Blutung drauf kriegen, wenigstens. Alter. Brezelt's aber auch von allen Seiten, ey. Ja, ne? Als Nahkämpfer hat man's manchmal nicht so leicht. Na gut, wenn ich zieht bin, kann ich nix machen. Ja. Das geht aber jedem so. Fast jedem. Mano. Aber allgemein sieht's nicht schlecht aus. So, eine Lore müsste hier wieder in der Mitte sein. Jo, da ist noch. Erstmal hin. Hm. Einnimm. Oh nice, wir stehen sogar ganz gut. Ja. Nice, gefällt mir. Vorne ist ein Schurke irgendwo, glaub ich. Achso, ich kann ja mal gucken. Da vorne kommt was angerannt. Hier ist auch was. Oh, Kampfrausch. Jetzt geht's scharf. Scheiße. Scheiße, ich bin D.H. Na, du bist so nett. Ja, bis gestern warst du noch einer. Da wollte er dich vorbei. Wie in der kleinen Schlinge. Achso. Hast du den Schurken verarscht? Ja, ich hab den gesehen. Fand ich super gerne. Da hinten. Ah, da ist ja wieder mein Hunter-Freund. Komm. Junge, traust du dich mal an eins gegen eins? Na gut, nee. Diesmal sind wir zwei. Nicht mehr als fair. So, haben wir. Ja, vorhin waren die meine über zwei. Jetzt haben wir das doch auch mal verdient, oder? Ja. Komm. Ich weiß nicht, wie sie sterben. Geht doch. So, holen wir da vorne die auch noch. Oh. Ja, wir brauchen auch noch zwei. Guck mal, ob die Laura auch safe rein geht. Ich bin mal. Mhm. Oh. Geht noch mal. Oh. DH gegen DH. Guck mal, wer flach ist. Ich hab auch noch einen DH an den Backen. Alle spielen DH oder Paula oder was geht hier. Ja, ne? Oh, jetzt müssen wir mal zusehen, ne? Zwei haben wir. Also, ich. Jawohl. Du bist linke Seite, ne? Ja. Ja, ich komm mal zu dir. Obwohl, da brauchen wir gar nicht mehr Deffen die Haupt da. Müssen wir safe haben. Ja, ich versuch die anderen mitzudeffen. Und dann müsste das der Sieg sein. So, ich steck mal schon mal aufs Mount. Die dürfen das ja hinkriegen. Ich komm jetzt zu euch. Irgendwo hinten. Da hinten wird gefeilt. Oh, ich bin da voll mit bei. Komm wieder, 20.000 Fett. Ey, das ist echt nervig. Ich bin schon tot. Das ging schnell. Blutowings Unfähigkeit vom Mage Air. Es geht mir so auf den Nerv. Ja, einfach die beiden Dinger. Die beiden zurückbringen müsste das eigentlich der Sieg sein, so eine Mine ist. Und ihr auch. Geht doch. Oh, was haben wir gekriegt? 880er. Brauche ich nicht. Den Sieg auch auf jeden Fall eingefahren. Und das ist das Wichtigste. Und ich hoffe, euch hat es auch gefallen. Ist halt mal eine kleine Abwechslung zum dauernden League of Legends gezocke. Und wenn ja, schaut mal wieder rein. In diesem Sinne, bis bald. Euer Ramm.